Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Maroma Crew. Heute haben wir mal wieder eine neue Eventvorstellung für euch, nämlich die Lichterspur. Sie startet am 20.06. und endet am 26.06. Schwierigkeit ist schwer, Level 3 ist das Event zwar verfügbar, aber es sind einige Pflanzen oder so, wo man erst sehr sehr spät im Level bekommt, zwischen 50 und 58 ungefähr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein zu den Eventpflanzen. Es gibt zwei Stück an der Zeit, einmal den Leuchtkokosnuss, der in Barma anpflanzbar ist, bringt 240 Barma IP in 6 Stunden und dann noch den Leuchtkürbis, der alle 6 Stunden 240 EP bringt auf dem Kruselacker und auf den Pilzwiese. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht, die Pflanzen gefallen mir sehr gut. Dann gibt es natürlich den Trob, den Feuerstein, der Trob nur aus Pflanzen, Bäumen, Stellen, Werkstuben. In der Hauptacker, Wilde, Wiese und Waldlichtung kann man sich außerdem im Farmhausstatter wieder gegen Topgolen holen. Und dann gibt es noch den Vulkanstein, der Pflanzen, Bäumen, Stellen und Werkstuben aber aus Barma Ramadrobs und außerdem kann man ihn dann auch im Farmhausstatter holen. So, dann kommen wir gleich mal weiter. Das ist nämlich ein Item, das ein Upgrade-Item wieder am Ende sein wird. Es ist in letzter Zeit immer wieder vorgekommen, dass es ein Item gibt, das ein Trob-Item sozusagen gibt. Alle 10 Stunden bringt das ein Weihrauchpulver und bringt zusätzlich noch 900 EP oder Barm-EP. Die Weihrauchpulver braucht man auf jeden Fall für das Event. Dann gibt es natürlich noch Mühlenprodukte, zwei Stück an der Zahl einem, flammenden Kokosnuss, das dauert 5 Stunden, äh 5 Minuten. Benötigt man 1160 Leuchtkokosnuss und 71 Vulkansteine. Dann flammender Kürbis, das dauert 5 Minuten, 1200 Leuchtkürbis und 75 Grabsgras. Ja, kann man auf jeden Fall beides in der Farm und in der Barm-Mühle produzieren. So, dann kommen wir zu den Event-Körben. Es gibt dieses Mal drei Stück an der Zahl, nämlich einmal den Leuchtkokosnusskorb, Leuchtkürbiskorb und dann den Leuchtkorb. Ja, dieses Mal drei Stück an der Zahl, wer genauer wissen will, was drin ist, kann die immer kurz stoppen. Ja, aber es gibt dieses Mal einen besonderen, nämlich für 1499 ein Megalichter-Spurpaket. Das ist aber nur für 24 Stunden verfügbar, nämlich von 20. bis zum 21. von 14 Uhr bis 14 Uhr. Da ist einiges an Sachen dabei. Wer wissen will, was drin ist, kann wie immer kurz stoppen. So, dann kommen wir gleich mal zum Event-Aufbau. Es schaut auf jeden Fall mega geil vom Design aus. Ja, auf jeden Fall fangen wir hier unten an. Muss jede Aufgabe absolvieren. Hier gibt es dann so eine Überbrückungsaufgabe, da kann man dann ein bisschen schummeln. Glaube ich, da kann man dann gleich darüber. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz herausgefunden. Ja, und auf jeden Fall, die Bereiche sind markiert. Blau, Grün und Lila. Und was die Farben jetzt gleich bedeuten werden, das werde ich euch jetzt zeigen. Finde ich auf jeden Fall sehr geil gemacht. Hier ist auf jeden Fall der Farmbereich. Dann hier der Inselbereich, Barmer und dann noch der Gruselbereich. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Ja, Farmaufgaben sind die blauen Aufgaben, wie ich gerade schon erwähnt habe. Muss man normale Sachen abgeben. Kürbis, Feuerstein, Tannenzapfen, Feuerstein, Esel, Feuerstein, Kuhmilch, Feuerstein. Und dort bekommt man Party-Tickets, Farmtaler, Flammenschrein, Upgrades. Vier Stück, äh, ne, ja genau, vier Stück gibt es. Sogar kriegt man da alle. Ja, rechts steht dann noch dran, welche Aufgabe man dann erledigen muss. Ja, dann gibt es die Barmer-Aufgaben. Die sind die grünen. Da gibt es dann, Flulkanstein muss man abgeben, Flammende, Kokosnuss, Ingwer. Ja, und noch ein paar andere Sachen. Und dort bekommt man schon das erste Item. Noch ein Item, noch ein Item. Also es gibt sehr, sehr viele Items. Insgesamt sind es, glaube ich, neun ohne das Upgrade-Item. Mit dem sind es, glaube ich, zehn Items. Auf jeden Fall eine ordentliche Menge. Ja, dann kriegt man die erste Wolkenreihe. Und hier bekommt man dann die Vollmond-Aufgaben noch gestellt. Da kriegt man natürlich auch wieder geile Sachen. Items ohne Ende. Ein Horror-Tomaten-Stahl sogar. Der neueste Stahlzucker finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Den habe ich nämlich noch nicht. Dann gibt es noch einen flammenden Kürbis, muss man abgeben. Hier Leuchtkürbis, Schleim und so weiter. Ist auf jeden Fall nicht so schwer, dieses Event zu verstehen. Dann noch Weihrauchpulver, die man am Ende dann benötigt, um die Queraufgaben, Verbindungsaufgaben irgendwie zu erledigen. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das mit dem Abgehen funktioniert. Das muss man einfach herausfinden. Steht jetzt auch nicht genau erklärt drin. Aber ich glaube, das ist nicht so wild. Kriegt man auch nochmal Items. Vier Stück, äh, drei Stück an der Zahl. Und die zweite Wolkenreihe, Lichterspur 2. Ja, heute eine Besonderheit. Es gibt drei Stickers. Einmal einen Farmsticker, Barmersticker und einen natürlich Vollmondsticker. Gefallen mir alle drei. Exzellent. Dann kommen wir jetzt zu den Upgrades Items. Ja, es gibt insgesamt vier Stufen. Einmal verzierter Flammenschrein. Dauert zehn Stunden. Tausend Barm-EP oder EP bringt. Zwei Weihrauchpulver, bis das Event zu Ende ist. Dann kunstvoller Flammenschrein. Zehn Stunden, 1050 EP oder Barm-EP. Noch zwei Weihrauchpulver. Dann vergoldeter Flammenschrein. Zehn Stunden, 1100 Barm-EP oder EP. Dann drei Weihrauchpulver. Und dann der blaue Flammenschrein. Zehn Stunden, 1150 Barm-EP oder EP. Und drei Weihrauchpulver. Vom Design her gefällt mir dieses Item überhaupt nicht. Weiß nicht. Vielleicht gefällt es euch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, dann kommen wir zu den Haupt-Items. An denen es neun Stück an der Zeit gibt. Einmal Feuerschungler. Dann gibt es noch den Feuerspucker. Feuertänzer. Kruselschafkopf. Wer genau wissen will, was die Items bringen, die muss ich jetzt nicht alle vorlesen. Gibt auf jeden Fall immer einen im Bonus. Zum Beispiel der Feuertänzer. Sechsmal je zwei Topgulen. Ja, Kruselschafkopf bringt immer eine Vollmondbox. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Dann kommen wir auf jeden Fall zu den nächsten drei. Das klemmende Glühwümpchen. Mumie in Flammen. Tiki Farm Schrein. Das ist auf jeden Fall sehr lustig, dieses Item. Bringen auch wieder einige Bonuse. Nämlich eine Vollmondbox. Dann Mumie in Flammen kriegt auch eine Vollmondbox. Und der Tiki Farm Schrein bringt. 13 EP oder Barm EP mal Level. Ein Level abhängiges Item. Auf jeden Fall auch immer wieder cool. Dann noch weitere zwei Items. Das sind die letzten zwei. Farm Kruselschrein und Tiki Kruselschrein. Das auch wieder einen Bonus von 25 EP mal Level bringt. Oder das andere 50 EP oder Barm EP mal Level. Gefällt mir das letzte Item. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zu den beiden Wolken rein. Gibt es nämlich einmal die Wolkenreihe Lichter Spur 3. Äh, 1, sorry. 22 Stunden dauert die Rank Cap. 850 Barm EP mal Level. Und eine verrückte Tierbox. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool aufgebaut. Die Items wie oben muss man besetzen. Das letzte kann man sich selber aussuchen. Dann kommen wir zum nächsten. Nämlich die Wolkenreihe Lichter Spur 2. Tauert einfach nur 8 Stunden. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. 400 Barm EP mal Level und 400 EP mal Level. Dann 10% EP auf Pflanzen für eine Stunde und die Werkzeugbox 2. Ja, das war es auf jeden Fall eine lange FAQ. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen jetzt verstanden, was ihr machen wollt. Wenn ihr immer noch irgendwelche Fragen habt, stellt uns die gerne in die Kommentare. Wird auf jeden Fall ein anstrengendes Event, wie ich das sehe. Ja. Auf jeden Fall wird heute noch ein zweiter FAQ online kommen. Nämlich die Leuchtkäfer Festival. Die Sommerausgabe kommt auch ebenfalls morgen. Die wird auf jeden Fall heute auch noch online kommen. Da würde ich sagen, bedanke ich mich für's Zuschauen. Macht's gut und noch einen schönen Abend. Tschüss.